Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Call of the Cold War. So ein bisschen Herrschaft auf meiner Lieblingsmap. Länger tatsächlich nicht mehr gespielt. Und von daher wollen wir erstmal sterben. So macht man das nämlich. Ein bisschen Fahrer auf jeden Fall weiterleveln. Da habe ich auch Bock drauf. So was? Mal aufpassen, dass sie jetzt nicht von hinten kommen. Naja, noch spawnen wir aber ja. Alles gut. Da sucht er mich hier zu. Jump shoppen. Oh, da, 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 da. Mal außen rum. Genau. Das hat super Funktioniert. Genau. Oh, okay. So viel dazu. Ah, die Map ist halt einfach nur geil. I like. Splittergranate. Der Feind hat A. Wir haben B verloren. Alpha wird gesichert. Oh. Alpha wird hier sicher. Sind hier keine Gegner mehr? Doch. Doch, natürlich. Hm. Wenn ich ein bisschen sehr blöd und planlos da drüben rum rennele. Oh. Eieiei. Aber erstmal wieder einschießen. Früh am Morgen mit einer Waffe umgehen. Dann können wir das nicht so einfach. A ist abgesichert. A ist abgesichert. A ein Nachte geworfen. Wir verlieren Alpha. Oh. Alle Standorte gesichert. Positionen halten. Wir verlieren B. Wir haben B. Ah, schade. Da haben wir ein bisschen die Mumpeln gefehlt. Kommando. Ich habe jetzt den Aufsatz gewechselt. Dass ich schneller nachlade. Aber dafür. Oh. Wenn ich mir ein 14 Magazin drin habe. Und das merkt man dann schon. Das hat auch schnell geschossen, das Ding. Ja. Aber dafür auch schnell nachgeladen. Eieiei. Das klappt hier gerade echt super. Eieiei. Ah, das ist ein Assi. I like. Blitz hier auf meiner. Darf ich hier? Nee. Sonst hätte man da jetzt auch super die Vorräte holen können. Aber ich muss ein bisschen gucken mit den Fenstern. Ja. Ich versuche es einfach. Ja, wir schief gehen. Kann es ja nicht. Ähm. Klappt bestimmt nicht. Bei meinem Glück. Nice. Mal wieder gnadenlos. Und erstmalig habe ich keine Munition mehr. Wollte hier gerade schon wie in MW typisch mir so eine Munitionskiste hinlegen. Aber das gibt es ja hier nicht. Also gibt es bestimmt auch. Ähm. Bei X sozusagen. Wo ich hier die Annäherungsmine habe. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. Wir brauchen immer noch eine neue Waffe. Es greift auf Reserven bei 100% Oh. Hier war eine Waffe. Geht mal her hier. Ach du Schande. Was ist das denn? Ne. Dann nehmen wir lieber eine M16. Damit kann die glaube ich besser umgehen. Na gut. Okay. Ne. Alter. Was ist das für eine Runde? Und das ist jetzt tatsächlich auch wieder die erste Runde des Tages. Die mal übertrieben gut läuft. So was. Kommen wir jeden mal hier oben hin. Ich bin noch nie gewesen. Ich hab jetzt auch die richtige Waffe auf jeden Fall dafür. Hoffentlich zumindest. Bam. Bitte was. Komm wir campen jetzt hier mal eine Runde. Ich hab jetzt hier echt Bock. Ah schade. Halbzeit. Ähm. Ein bisschen die Streak weiter auszubauen. Eine 13. Also jetzt ne. So weit war ich noch nie. Okay. Hab ich nicht Glück mit der Lobby irgendwie auch ne. Dass das so gut funktioniert. Das ist ja dann auch eher selten bei mir. So. Jetzt hab ich auf jeden Fall wieder meine Waffe. Aber gleich wieder Bock auf die M16 bekommen. Ne. Das ist schon eine ziemlich coole Waffe. Kann man so sagen. Die könnte man vielleicht auch mal wieder auspacken. So. Ich glaube. Ich mach das gleiche. Genau mal. Ich versuch mich dahinter zu schleichen. So ein bisschen rumzustänkern. So was. Ich hab wieder Vorräte. Die kann ich jetzt aber erstmal nicht rufen. Keine Zeit. Ah. Komm jetzt nicht durch. Ah. Da rechts kommt eh da die teammate. Was auf. Genau. Skrupellos. Alter. Oh. Das war voll verkackt. Aber. Mal ne Skrupellos. Yeah. Was war die? Hat Spaß gemacht? Ja. Ja. Oh. Feindlicher Napalmangriff im Anschluss. So. Ähm. Hier nochmal versuchen. Vielleicht. Tja. Feindliche Vorräte unterwegs. Das Ding runter. Ne da. Nö. Es liegt da in einer Kante. Lahl. Feindliche Vorräte unterwegs. Dann ist das eben so. So. Steine Nase kratzen. Uiuiui. Lo. Er liegt auf Eis. Ich bin mir nicht so sicher ob ich hier mit dem 30er Magazin tatsächlich zufrieden bin. Das verlassen werde. Das Ding ist schön schnell nachgeladen. Ja. Aber 30 Kugeln sind halt auch bei der knappe Verkniffte echt schnell geschossen. Ja. Und Tor. Und Tor. Die Untergranate. Das finde ich irgendwie nicht ganz so geil. Hallo. Oh. Nein, nicht von da. Das ist doch unfair. Oh, da kommt einer. Hat auch einen teammate gekillt. Hat wahrscheinlich auch gerade nachgeladen. Wow, das war ganz schlecht gezielt. Habe ich irgendwie die Waffe nicht mal richtig weitergezogen, ne? Oh, hat der mich erschrocken, ey. Hat der mich nochmal eh killt. Nein. Der kommt jetzt bestimmt hier unten irgendwo lang, ne? Oh, hier ist aber auch René gestorben. Ich sehe nichts. Und langsam wieder hier lang. Bravo, wird gesichert. Oh, bitte. Ja. Ziel ausgeschaltet. Das war nicht gut. Ich versuch's doch ziemlich normal. Oh. Oh. Ja. Wieder so schlecht gezielt, ne? Ich bin so ein bisschen verkrampft gerade an der Maus. Das merkt man ganz, ganz schnell beim Zielen. Dann geht mal wieder ein bisschen, nochmal. Ich werde mal eh mal langsamer machen. Und der DPI. Gut. Das bringt dir dann auch nix. Und. Es hat so geil angefangen, ne? Welches Spionageflugzeug über euch in Position. Und dann sowas. Naja. Das ist halt ein Ego-Shooter, ne? Oh. Lol. Ist doch gar nicht so einfach, die Lobby sowieso aussieht. Hat er einfach nur mega viel Glück am Anfang. Ich muss sagen, sie überhaupt auf so eine Stücke kommen. Schade. Ich bin vorbei. Die Punkte gucke ich halt auch selten, ne? Platz 1 im Team. Neu. Ah, die M16 finde ich ne geile Waffe. Definitiv. Immerhin, immerhin. So, und gucken wir mal. Erreiche mehr Spieler. 1.000 Ebenierung mit Stummgewehr. Nett. Neue Tarnung für die M16. Nein. Ne Waffenstufe sogar. Und ein Lauf für die Fahrer. Den können wir uns mal angucken. Aber trotzdem noch sehr, sehr gut. Oh, ne. Ich muss wieder eh mal höher machen. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu langsam. Oh, ich komme jetzt so. Ich hoffe, dass man das so halbwegs erkennen kann. Das ist schon deutlich langsamer, ne? Und ich bewege die Maus gleich schnell. Ah, ein bisschen schneller mag ich das dann doch irgendwie. So. Gucken wir mal. Fahrer. Lauf war das, ne? Projektilbeschleunigung. Das hat auch was. Aber, ne. Da müsste ich wieder andere Sachen rausnehmen. Das ist dann wieder nicht ganz so geil. Generell noch nicht so ganz zufrieden mit den Aufsätzen, die ich da so drauf habe. Mit der Waffe auf jeden Fall selbst. Ja, definitiv. Aber die Aufsätze muss ich halt noch echt weiter leveln. Das machen wir jetzt auch. Doppelrunde in der Folge. Aber auf einer Map, die ich gar nicht mag. Na gut, wir gucken uns das nochmal an. Schon ein, zwei Mal drauf gespielt. Aber, puh. Man guckt halt auch super schnell in den gegnerischen Spawn rein. Und so Sachen mag ich halt irgendwie gar nicht. Wollen wir mal gucken. Was wir hier so machen können. So, hier warte ich jetzt erstmal kurz, weil es ja hier runter herankommt. Ne? Äh, hat nicht funktioniert. Halt doch mal vor. Okay. Ne? Verdammt. Schade. Was? What? What is down? Sieht man den Flieger irgendwo? Da. Gleich weg damit. Machen wir mal hier oben lang. Nein, so nicht. Ohohoho. Woher denn? Da waren Sie ja. Aber trotzdem schon wieder ganz schlecht gezielt. Da waren wir hier mal hier mal hier unten. Da waren ja leuchtet. Der hat von da drüben geschossen. Ja, von da kann man ja nicht hin, oder? Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Ja, wir haben mal so eine Mine hin. Dann laufen wir hier schnell rüber. Und hoffen wir hier nicht gleich wieder zu verrücken. Jetzt kommen wir von da. Ich mag die Map absolut gar nicht, ne? Ich glaube, man merkt es auch, ne? Dass ich in der Map halt einfach nicht spielen kann. Habe ich auch schon einen Kill gemacht? Ne, ne? Ja. Eliminierung zumindest. Ob das ein Kill war, weiß man noch nicht. Ich müsste mal von oben mit den Bären vielleicht erfolgreicher zu sehen. Mal gucken. Oh, das ist so verwinkelt hier, ne? Nicht cool. Oh, wie er da unterbrennt, war. Alter Schwede. Ne. Ne, ich bleib dabei. Die Map mag ich überhaupt nicht. Also ich sorge wenigstens für ein bisschen Abwechslung. Das ist doch schon mal okay. Er ist so hart verwinkelt, das Ding, ne? Feindliche Spionageflugzeug, über euch in Position. Hä? Ich sehe es, Attacks. Wir haben feindliche Spionageflugzeug, über euch in Position. Was ich nicht sagen? Den AFK-Heini noch mitnehmen können. Ach, war ja schon der Nächste. Ach, der sich da schön in die Ecke gestellt hat. Aber wie ich ja so weit liebe. Was ist denn jetzt eigentlich auf Vanilla-Argo da rein? Ne, ne? Nosch, wieder von hinten. Ich hab den auch nicht gehört, ne? Echtlich sind die Schritte ja hier doch ziemlich laut. Aber nicht laut genug anscheinend. Hm, da liegt der schon in meiner Mine. Wenn man noch mehr in der Mine besser sagt. Äh. Wo ist der denn hier? Ja, und der war gerade... Hat das gesehen auf der Minimap? Der war hier draußen irgendwo. Bullfrog. Oh, der hat er gut gemacht. Mit der Schwede. Sehr gut sogar. Das hat er echt gut gemacht. Wie stolz. Wie steht's hier? Wie stolz. Eieieiei. Echt cool. Muss ich nicht auf langlaufen jetzt. Hier, ne? Da lang. Sie erobern Arm. So. Mach mal hin, Fliecher. Hey. Boah, wie kann denn der schon so schnell bei uns am Spawn sein? Ah, es hat ne kleine Map, ne? Es hat ne kleine Map. Oh. Ich hab gewusst, dass er von da kommt. Und hab trotzdem hart verkackt. Gut. Und der war jetzt nicht so schlecht. Ah, die sind ellenlange nachladen in dem Moment, ne? Das dauert ja nochmal gefühlt ne Stunde. Feind am Boden. Erd. Jetzt hat ein Bogen mal ihn von hinten erwischt. Gefahr durch Gas beseitigt. Da kam mir der nächste an hier ran. Und der nächste. Und noch einer. Und noch einer. Und zum Schluss waren 20. Ja. Mindestens. Waren eher 25, glaube ich. Also darf man hier nicht. Oh. Okay. Komm, 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 komm. Nein. Ey, das fehlt das jetzt nicht. Zwei Hänge, eine ist unfair. Das ist doch unfair. Schön. Und wieder schön den Spawn geguckt. Ja, toll. Und dann er wieder. Das ist ja genau das, was ich am Anfang meinte, ne? Du kommst dann halt irgendwann nicht mehr aus dem Spawn raus. Für sowas, äh, jetzt wieder ein Sniper geiler. Dann könnte man die ganzen Camper da aus dem Fenster da raussnipen. Na, dann kommen wir mal die erst mal runter. So, den. Den. Ui, 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 so kriegt man auch IP. Kann ja nicht immer gut laufen, denn nimmt man halt mit, was man so mitnehmen kann. So. Das zum Beispiel. Ah, da steht ein Winkel halt auch, ne? Hat er das viel, viel eher gesehen, dass jemand runterkommt. Alter Schwede, ey. Bleibt dabei, das ist die bekloppteste Map, die es hier gibt in dem Spiel. Komm schon. Du weißt, dass du da bist. Bist du was? Ah, da oben war wieder einer. Hat man gemerkt. Oh. Kommt der runter? Ne, ne? Ne, aber der hat ganz genau gewusst, dass von Daimler kommt. Natürlich. Ist hier schon wieder so ein blödes Radar-Ding in der Luft, oder wie? Ist jetzt zumindest kein Open. Toll. Oh, mal hin. Mal gucken. Mal versuchen mal noch die Kiste zu holen. Ist zwar gleich vorbei die Runde, aber vielleicht... Mal gucken mal damit noch ein bisschen was machen. Und der kommt jetzt wieder auf mich, ne? Ja, das war wieder so klar. Das war so klar. Und die Spawn auf der anderen Seite. Das ist doch, Alter. Ah, wenn's schlecht läuft, denn so richtig, oh. Naja. Einmal gut, einmal schlecht. Und dann sind wir bei Mittelgut gelandet. Kann man so festhalten, oder? Oh, schön. Den Camper wegholen. Ich weiß ja mal nicht, was die dann sich dabei denken, ne? Guck, wir setzen uns in der Ecke und warten, bis einer vorbeiläuft. Das kann doch gar keinen Spaß machen. Hm. Also sehe ich das zumindest. So, ja, da spielen wir, ne? So, mal gucken, was wir jetzt hier noch tatsächlich gemacht haben. Ah, diese Dressier endlich mal. Das wollte ich ja mal ausprobieren. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Hm, hm, hm. Oha, ganz, ganz schlecht. Aber es ist, ja, schiebe ich halt auf die Map. Die Map ist schuld. Das ist definitiv so. Wenn ich das einmal will. Ja. So viel dazu. Fahrer. So. Was nehmen wir denn dafür raus? Ich glaube, wir nehmen das Ding hier dafür raus. Das mag ich jetzt mal testen. Ob man dann noch Kim und Korn sieht. Es sieht nämlich nicht danach aus, als wenn man hier noch irgendwas sehen würde. Dann könnte es mir echt gut gefallen. Fadenkreuz haben wir hier für noch keinen anderen, ne? Okay. Ich würde sagen, trotzdem erfolgreiche Runde, ne? Immerhin mal ins Gruppe losgemacht. Das ist nämlich hier sehr erfolgreich. Und in dem Sinne, ne? Wer Bock hat, mir einen Daumen nach oben zu heben und ein Abo zu klicken, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn nicht, denn nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.